Hallo und herzlich willkommen bei Bewusstsein TV und zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder zum achten Update 2024 und zu meiner Zusammenfassung der Palmblatt Vorhersagen aus Chennai. Gemeinsam schauen wir auf die herausfordernden Entwicklungen unserer Zeit in dieser Folge, werfen einen Blick auf die aktuellen Vorhersagen und die tiefgreifenden Veränderungen, die unsere Welt prägen. Wir leben in einer Zeit, in der Naturkatastrophen und gesellschaftliche Umwälzungen uns nicht nur als globale Gemeinschaft, sondern auch als Individuen vor immense Herausforderungen stellen. Und wenn ihr gefällt, was ich hier auf meinem Bewusstsein TV-Kanal mache und du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Abo dalässt, einen Daumen hoch machst, denn das hilft mir ebenfalls meine Arbeit zu unterstützen und vergiss nicht die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dein Feedback ist mir besonders wichtig, denn nur so kann ich sehen, was ich eventuell noch verbessern kann. Ich lade dich auch dazu ein, auf meinen anderen Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen, Facebook, TikTok, Telegram oder Instagram. Dort teile ich auch regelmäßige Inhalte, die dich ebenfalls interessieren könnten. Ich sage schon mal ganz herzlichen Dank, dass du ein Teil meiner Gemeinschaft bist und immer wieder mich unterstützt mit deinen Abos, Likes und Kommentaren. Kommen wir jetzt nun weiter zu den Vorhersagen. Die Welt um uns herum ist in Unordnung und viele von uns spüren das natürlich auch in ihrem persönlichen Leben. Die alten hermetischen Prinzipien erinnern uns daran, dass der Frieden in der Welt nur dann möglich ist, wenn wir auch ihn in uns selbst spüren. Diese Einsicht ist entscheidend für den Wandel, den wir uns wünschen. Um die Zukunft zu gestalten, müssen wir bei uns selbst anfangen. Veränderungen erfordern Mut, Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft, uns den Realitäten anzupassen, die uns natürlich gegenüberstehen. Die vermeintliche Normalität der Vergangenheit ist nicht mehr existent und der Wandel ist das einzig Beständige, das wir in dieser Zeit erwarten können. Aber wie gesagt, der Wandel entsteht erst mal in uns und dann kann er natürlich auch im Außen entstehen. Die kommenden Monate bis April werden herausfordernd sein. Wir müssen aktiv an der Behebung der bestehenden Probleme arbeiten und uns auf die Zeiten vorbereiten, die viele als schwierig empfinden werden. Doch genau in diesen Herausforderungen liegt die Chance, die Richtung zu bestimmen, in die unsere Gesellschaft sich entwickeln kann. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass trotz vieler Wiederholungen in den vorhergehenden Updates einige Themen, die vor Monaten vorhergesagt wurden, erst Monate später eintreffen oder eingetreten sind. Diese wiederholten Erwähnungen sind logisch, da kurzfristige Ereignisse in unseren Vorhersagen ergänzt werden, um euch über relevante Entwicklungen in naher Zukunft, möglicherweise sogar in den kommenden Wochen zu informieren. Daher erleben wir immer wieder Wiederholungen in den Vorhersagen von Themen wie Naturkatastrophen, Unfällen und anderen wichtigen Ereignissen. Ich wollte dies nur einmal anmerken, da von euch in den Kommentaren oft darauf hingewiesen wird. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat das Potenzial, unsere Zukunft zu gestalten. Es ist entscheidend, nicht gegen etwas zu sein, sondern für etwas Besseres. Auch wenn der Weg steinig ist und Rückschläge unvermeidlich erscheinen, werden wir durch unsere Erfahrungen wachsen und lernen, wie es Thomas Edison sagte, man findet oft viele Wege, die nicht funktionieren, bevor man den richtigen entdeckt. Inmitten all dieser Herausforderungen dürfen wir den Glauben an eine bessere Zukunft nie verlieren. Die Nacht ist oft am dunkelsten, kurz bevor der Morgen anbricht. Lassen Sie uns gemeinsam Kraft und Mut schöpfen, um durch diese Zeit zu navigieren und die Veränderungen zu gestalten, die wir uns, für uns, die kommenden Generationen wünschen. Sei du bereit, mit mir auf diese Reise zu gehen und entdecke, wie uns die Möglichkeit in dieser neuen Ära auf uns wartet. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meiner Zusammenfassung des achten Updates der Palmblatt-Bibliothek aus Chennai. Wahlen in den USA. Ein spannendes Rennen um das Präsidentenamt. Kamala Harris im Aufwind. In den kommenden Monaten wird die politische Landschaft in den USA durch die Präsidentschaftswahlen geprägt sein. Aktuelle Umfragen zeigen, dass Kamala Harris die Kandidatin der Demokraten an Zustimmung gewinnt. Ihr Aufstieg in der Wählergunst wird als Vielversprechen dargestellt und viele erwarten, dass dieser Trend bis zu den Wahlen anhält. Harris scheint die Unterstützung der Wähler zu mobilisieren und könnte sich als ernstzunehmende Herausforderin positionieren. Unerwartete Wendung kurz vor den Wahlen. Doch das politische Klima ist bekanntlich unberechenbar. Kurz vor dem Wahltermin könnten unerwartete Veränderungen auftreten, die die Einschätzung der Wähler und der Medien erheblich beeinflussen. Diese Wendungen könnten die bisherigen Prognosen auf den Kopf stellen und die Dynamik des Wahlkampfs dramatisch verändern. Trump als ernstzunehmender Herausforderer. Besonders im Fokus steht der Herausforderer der Republikaner, der ehemalige Präsident Donald Trump. Trotz aller Kontroversen hat Trump die Möglichkeit erneut als Favorit hervorzugehen. Die Entwicklung der letzten Wochen und Monate könnten ihm eine unerwartete Chance bieten, die Wähler zurückzugewinnen und sein Comeback zu feiern. Ein spannendes Rennen. Die Wahlen versprechen ein faszinierendes und spannendes Rennen zu werden, in dem sich die Meinung und Stimmung der Wähler schnell ändern könnten. Wird Kamala Harris ihre Position bis zum Ende behaupten können oder wird Trump erneut die Oberhand gewinnen? Die nächsten Monate werden entscheidend sein und könnten die politische Zukunft der Vereinigten Staaten nachhaltig prägen. Bleibt also dran, während wir die Entwicklung in diesem aufregenden Wahlkampf verfolgen werden. Sicherheit in Bildungseinrichtungen, Warnung vor potenziellen Feuergefahren, möglicher Großbrand in einer US-Schule. In den kommenden Monaten steht eine alarmierende Situation in den Vereinigten Staaten bevor. Berichten zufolge könnte es in einer großen Stadt, möglicherweise in New York oder einer anderen Metropolregion zu einem verheerenden Brand in einer Schule oder Bildungseinrichtung kommen. Diese Vorhersage wirft ernsthafte Fragen zur Sicherheit in amerikanischen Schulen auf. Sicherheitsvorkehrungen in der Kritik. Die potenzielle Katastrophe hängt eng mit den bestehenden Sicherheitsvorkehrungen zusammen, die von den Behörden in diesen Einrichtungen umgesetzt wurden. Es scheint, dass es gravierende Probleme in Bezug auf die Feuersicherheit gibt, die möglicherweise nicht ausreichend adressiert wurde. Solche Mängel könnten fatale Folgen haben, insbesondere in einem Umfeld, in dem viele Menschen, insbesondere Kinder zusammenkommen. Dringender Handlungsbedarf. Die bevorstehenden Monate könnten entscheidend sein für die Diskussion über Sicherheitsstandards in den Schulen. Es ist dringend erforderlich, dass die zuständigen Behörden Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Schüler und des Personals zu gewährleisten. Die Öffentlichkeit wird die Entwicklung genau beobachten und es bleibt abzuwarten, wie die Verantwortlichen auf diese Warnung reagieren und welche Schritte unternommen werden, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Eine kritische Herausforderung. Die Situation stellt nicht nur eine unmittelbare Bedrohung dar, sondern auch eine Herausforderung für die Gesellschaft, die sich mit der Sicherheit in Bildungseinrichtungen auseinandersetzen muss. Die kommenden Monate könnten entscheidend dafür sein, wie die Verantwortlichen auf diese Warnung reagieren und ob es gelingt, die notwendigen Änderungen umzusetzen, um die Sicherheit aller Schüler und dem Personal zu gewährleisten. Naturkatastrophen im Nordmeer. Eine drohende Gefahr. Mögliche vulkanische Aktivitäten oder Erdbeben. In den kommenden Monaten könnte das Nordmeer von einer ernsthaften Naturkatastrophe betroffen sein. Es besteht die Möglichkeit, dass ein bislang unbekannter oder unerkannter Unterwasservulkan ausbricht oder ein starkes Erdbeben auftritt. Solche Ereignisse könnten weitreichende Folgen für die Anrainerstaaten haben und die Region in eine kritische Lage versetzen. Auswirkungen auf angrenzende Länder. Die unmittelbaren Auswirkungen eines solchen Ereignisses wären besonders an den Küsten der angrenzenden Ländern spürbar. Die Gefahr von Tsunamis und anderen Naturphänomenen könnte die Sicherheit der Bewohner in diesen Gebieten gefährden und zu erheblichen Schäden an der Infrastruktur führen. Insbesondere die Küstenregionen könnten vor großen Herausforderungen stehen und müssten sich auf mögliche Evakuierung und Notfallmaßnahmen vorbereiten. Dringender Handlungsbedarf zur Risikominimierung. Die potenzielle Bedrohung erfordert ein schnelles Handeln der zuständigen Behörden und Geologen. Präventive Maßnahmen wie frühzeitige Warnsysteme und Notfallpläne sind unerlässlich, um die Bevölkerung zu schützen und mögliche Städte zu minimieren. Die internationale Gemeinschaft wird diese Entwicklung mit Besorgnis beobachten und die Reaktion der betroffenen Länder im Auge behalten. Eine kritische Zeit für die Region. Die kommenden Monate versprechen eine kritische Zeit für die Anrainerstaaten des Nordmeers zu werden, während sich die Welt auf die Möglichkeit einer Naturkatastrophe vorbereitet, bleibt abzuwarten, wie die betroffenen Länder auf diese drohende Gefahr reagieren und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Vorhersage einer Naturkatastrophe drohende Erdbeben und seine Folgen. Anzeichen eines verheerenden Erdbebens. In den kommenden zwölf Monaten steht eine ernsthafte Bedrohung für eine bereits betroffene Region bevor. Prognosen deuten darauf hin, dass ein weiteres schweres Erdbeben bevorsteht, das die Manektude eines bereits früheren verheerenden Bebens erreichen könnte. Die Richterskala wird dieses Erdbeben als eines der stärksten klassifizieren, was die Gefahren, denen der Bevölkerung ausgesetzt ist, erheblich erhöht. Auswirkungen auf die Region, die Folgen dieses Naturereignisses werden weitreichend sein. Die betroffene Region, die bereits unter den verheerenden Auswirkungen eines vorherigen Erdbebens gelitten hat, wird erneut stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Infrastruktur wird erheblich beschädigt und die Bevölkerung könnte vor großen Herausforderungen stehen, insbesondere in Bezug auf Notfallversorgung und Wiederaufbau. Potenzielle geopolitische Spannungen. Zusätzlich zu den unmittelbaren Auswirkungen des Erdbebens könnte die Region auch in eine Phase von Grenzkonflikten und militärischen Auseinandersetzungen eintreten. Die Unsicherheit und das Chaos, die nach einem solchen Naturereignis entsteht, könnten Spannungen zwischen benachbarten Ländern verstärken, insbesondere in einem Gebiet, das bereits von politischen und sozialen Konflikten geprägt ist. Es wird vermutet, dass diese Entwicklung entweder im Mittleren Osten oder in einem anderen islamischen geprägten Land stattfinden könnte. Die kommenden Monate könnten also entscheidend für die Stabilität der betroffenen Region sein, während sich die Bedrohung durch das Erdbeben anbahnt. Bleibt abzuwarten, wie die Regierung und die internationale Gemeinschaft auf diese Vorhersagen reagieren werden. Die Welt wird aufmerksam verfolgen, wie sich die Situation entwickelt und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Bevölkerung vor diesen verheerenden Folgen der kommenden Naturkatastrophe und den nachfolgenden geopolitischen Spannungen zu schützen. Soziale Unruhen in Europa. Massenproteste bis April 2025. Anzeichen für Massenproteste in Metropolregionen. In den folgenden Monaten bis April 2025 ist in Europa mit einer Welle von Massenprotesten in großen Städten konfrontiert. Besonders betroffen sind Metropolregionen wie Italien und die Gegend um London. Aber auch andere bedeutende Städte in Europa werden von diesen Unruhen nicht verschont bleiben. Die Gründe für diese Proteste sind vielschichtig und spiegeln die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung wider. Preissteigerungen und politische Unzufriedenheit. Ein zentraler Grund für die Proteste sind die steigenden Preise, die auf die Politik der jeweiligen Regierungen zurückzuführen sind. Die Bürger sehen sich mit erheblichen finanziellen Belastungen konfrontiert, die ihre Lebensqualität beeinträchtigen. Diese Preissteigerungen betreffen nicht nur alltägliche Güter, sondern auch essentielle Dienstleistungen, was zu einer breiten gesellschaftlichen Unzufriedenheit führt. Logistik- und Versorgungsprobleme. Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Herausforderungen gibt es auch ernsthafte Probleme im Bereich Logistik und Versorgung. Die Komplexität der Transportwege und die daraus resultierenden Engpässe werden in den kommenden Monaten zu Knappheit bei wichtigen Gütern führen. Diese Situation wird die Frustration der Menschen weiter anheizen und könnte die Proteste verstärken. Eine kritische Phase für Europa. Die sozialen Unruhen, die in den nächsten Monaten erwartet werden, könnten eine entscheidende Phase für Europa darstellen. Während die Menschen auf die Straße gehen, um für ihre Rechte und Bedürfnisse zu kämpfen, wäre die politische Landschaft unter Druck geraten. Die Regierungen müssen sich mit den Ursachen der Unzufriedenheit auseinandersetzen, um eine Eskalation der Proteste zu verhindern. Die kommenden Monate versprechen, turbulent zu werden und es bleibt abzuwarten, wie die politischen Akteure auf diese Herausforderung reagieren werden. Politische Unruhen in Pakistan. Eine Vorhersage für die nahende Krise. Innenpolitische Herausforderungen in Pakistan. In den kommenden Monaten steht Pakistan vor ernsthaften innenpolitischen Problemen, die die Stabilität des Landes gefährden könnten. Die Regierung sieht sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, die aus den jüngsten wirtschaftlichen Maßnahmen resultieren. Diese Entwicklungen könnten weitreichende Auswirkungen auf die Bevölkerung haben und zu weit verbreiteten Unruhen führen. Wirtschaftliche Schwierigkeiten und Währungsabwertung. Ein zentrales Problem sind die drastischen Preissteigerungen, die die Lebenshaltungskosten für die Bürger in die Höhe treiben. Die Währung des Landes wird weiterhin entwertet, was die Kaufkraft der Bevölkerung erheblich einschränkt. Die Menschen sehen sich mit einer zunehmenden finanziellen Belastung konfrontiert, die in vielen Fällen das tägliche Leben untragbar macht. Knappheit bei Lebensmittel- und Versorgungsengpässen. Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Herausforderungen wird Pakistan auch mit Knappheiten bei lebensnotwendigen Gütern, insbesondere Lebensmittel, kämpfen müssen. Die Versorgungslage wird sich voraussichtlich weiter verschärfen, was zu einem Anstieg der Unzufriedenheit und möglicherweise zu Protesten führen könnte. Diese Situation könnte die ohnehin angespannte politische Lage wieder destabilisieren. Eine kritische Zeit für Pakistan. Die kommenden Monate versprechen eine entscheidende Phase für Pakistan zu werden. Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die auf das Land zukommen, bleibt abzuwarten, wie die Regierung und die Bevölkerung auf diese Krise reagieren. Die Welt wird aufmerksam beobachten, ob es gelingt, die Unruhen zu besänftigen und die Stabilität in dieser wichtigen Region zu wahren. Wintervorhersage für Europa. Starke Schneefälle und ihre Auswirkungen. Vorboten eines strengen Winters in Europa. Der bevorstehende Winter verspricht, einige europäische Regionen vor erhebliche Herausforderungen zu stellen. Besonders betroffen sind Gebiete in Italien, der Schweiz und Süddeutschland, wo mit extrem starken Schneefällen zu rechnen ist. Diese Wetterbedingungen könnten nicht nur das öffentliche Leben beeinträchtigen, sondern auch die zuständigen Behörden vor große Herausforderungen stellen. Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens. Die prognostizierten Schneefälle könnten dazu führen, dass die Infrastruktur in den betroffenen Regionen überlastet wird. Das öffentliche Leben könnte stark eingeschränkt werden, da Straßen, öffentliche Verkehrsmittel und wichtige Verkehrsverbindungen durch die Witterung unterbrochen werden. Die Behörden werden gefordert sein, schnell und effektiv zu reagieren, um die Auswirkungen auf die Bevölkerung zu minimieren. Herausforderung auch in Ostland. Eine ähnliche Situation zeichnet sich auch in Teilen Ostlands ab, wo ebenfalls mit schweren Schneefällen zu rechnen ist. Diese Wetterbedingungen könnten die Transportmöglichkeiten erheblich einschränken und zu weiteren Herausforderungen im öffentlichen Bereich führen. Die Bewohner müssen sich auf mögliche Einschränkungen im Reise- und Transportwesen einstellen, was die Mobilität in dieser Region beeinträchtigen könnte. Ein herausfordernder Winter steht uns bevor. Die kommenden Monate könnten für viele europäische Regionen eine kritische Zeit darstellen. Während sich die Wetterbedingungen verschärfen, bleibt abzuwarten, wie die Behörden und die Bevölkerung auf diese Herausforderungen reagieren werden. Die Vorbereitungen auf einen strengen Winter sind unerlässlich, um die Auswirkungen der Schneefälle bestmöglichst zu bewältigen und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Konfliktsituation im Nahen Osten. Ein Ausblick auf mögliche Veränderungen. Anhaltende Spannung zwischen Israel und seinen Nachbarn. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Insbesondere die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und seinen Nachbarländern, darunter der Libanon und der Iran. Diese Konflikte stellen nicht nur eine Herausforderung für die betroffenen Länder dar, sondern beeinflussen auch die gesamte regionale Stabilität. Die Situation könnte sich jedoch in den kommenden Monaten verändern. Hoffnung auf Entspannung nach den US-Wahlen. Nach den amerikanischen Präsidentschaftswahlen, die Ende November stattfinden, könnte sich ein Wendepunkt abzeichnen. Zwischen Ende November und Januar des kommenden Jahres wird eine mögliche Entspannung der Konfliktsituation erwartet. Diese Phase könnte von intensiven Friedensgesprächen geprägt sein, die darauf abzielen, Lösungen für die bestehenden Konflikte zu finden. Aussicht auf Friedensgespräche und Lösungen. Die bevorstehenden Gespräche könnten die Grundlage für eine friedliche Beilegung des Konflikts bieten. Es wird angenommen, dass sowohl Israel als auch die betroffenen Nachbarländer bereit sind, an einem Tisch zu sitzen und konstruktive Lösungen zu erarbeiten. Diese Entwicklungen könnten dazu beitragen, die Spannung in der Region zu verringern und langfristige Friedensperspektiven zu schaffen. Ein kritischer Zeitraum für den Nahen Osten. Die kommenden Monate könnten entscheidend für die Zukunft des Nahen Ostens sein. Während die Situation zunächst weiterhin von Eskalation geprägt sein wird, besteht die Hoffnung, dass die Entwicklungen nach den US-Wahlen zu einer positiven Wende führen. Die Welt wird aufmerksam verfolgen, wie sich diese Friedensgespräche gestalten und welche Lösungen letztlich angeboten werden können, um den Konflikt zu entschärfen und Frieden in der Region zu fördern. Warnung vor Naturkatastrophen, Risiken in gebirgigen Touristengebieten, Gefahren in beliebten Urlaubsregionen. In den kommenden Monaten gibt es ernsthafte Warnungen vor potenziellen Naturkatastrophen in gebirgigen Regionen Europas, die bei Touristen beliebt sind. Besonders betroffen sind die südlichen Teile Deutschlands sowie die Alpenländer Österreich, die Schweiz und Italien. Diese landschaftlich reizvollen Gebiete, die oft von schönen Seen umgeben sind, könnten durch Naturereignisse wie Erdrutsche und Muren bedroht werden. Erdrutsche und ihre Auswirkungen auf Touristen. Die Gefahr von Erdrutschen in diesen Regionen ist real und könnte erhebliche Auswirkungen auf den Tourismus haben. Wenn es zu Erdrutschen kommt, können diese nicht nur die Landschaft verändern, sondern auch gefährliche Situationen für Touristen schaffen, die mit Ausflugsbooten oder Schiffen unterwegs sind. Ein plötzlicher Erdrutsch könnte die Sicherheit von Reisenden gefährden und zu dramatischen Szenarien führen. Vorsichtsmaßnahmen für Reisende. Für Touristen, die planen, diese malerischen Gebirgsregionen zu besuchen, ist es unerlässlich, Vorsicht walten zu lassen. Die aktuellen Wetterbedingungen und geologischen Warnungen sollten stets im Auge behalten werden. Reisende sollten sich über mögliche Risiken informieren und bereit sein, ihre Pläne gegebenenfalls anzupassen und gefährliche Situationen zu vermeiden. Eine kritische Zeit für Gebirgsregionen. Die kommenden Monate könnten für die beliebten Touristengebiete in den Alpen und im südlichen Deutschland eine kritische Phase darstellen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Wetterbedingungen entwickeln und ob es zu den Vorhersagen, Naturereignissen kommt. Die Sicherheit der Reisenden sollte oberste Priorität haben und es ist ratsam, sich gut vorzubereiten, um unvorhergesehene Gefahren zu umgehen. Risiken bei Transport von Öl. Gefahr für Umwelt und Schifffahrt. Bedrohung für Öltanker und ihre Umwelt. In den kommenden Monaten wird der Transport von Öl und Ölprodukten auf See zunehmend von Risiken begleitet, die sowohl für die Schiffe als auch für die Umwelt gravierende Folgen haben könnten. Es besteht die Möglichkeit, dass es zu einem Vorfall kommt, sei es durch einen Brand an Bord eines Tankers oder durch eine Havarie, bei der das Schiff sinkt. Solche Ereignisse könnten nicht nur eine unmittelbare Gefahr für die Besatzung darstellen, sondern auch katastrophale Auswirkungen auf die marine Umwelt haben. Potenzielle Umweltschäden durch Schiffsunglücke. Ein Brand oder das Sinken eines Öltankers könnte zu erheblichen Umweltschäden führen, darunter die Kontamination von Gewässern und die Bedrohungen von Meereslebewesen. Ölverschmutzungen haben oft langfristige Auswirkungen auf die Biodiversität und die Gesundheit des Ökosystems, was die Notwendigkeit unterstreicht, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Notwendigkeit von Vorsichtsmaßnahmen. Die Reedereien und Besatzung dieser Schiffe sind aufgefordert, geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um das Risiko solcher Vorfälle zu minimieren. Dazu gehören regelmäßige Schulungen, die Implementierung strenger Sicherheitsprotokolle und die Verwendung moderner Technologien zur Überwachung und Kontrolle von potenziellen Gefahren an Bord. Die kommenden Monate könnten für die Öltransportindustrie eine herausfordernde Zeit darstellen, in der die Gefahren von Unfällen und Umweltschäden zunehmen. Es ist entscheidend, dass alle Beteiligten wachsam sind und provokative Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit auf See zu gewährleisten und die Umwelt zu schützen. Die Welt wird genau beobachten, wie diese Branche auf die Herausforderung reagiert und welche Schritte unternommen werden, um zukünftige Katastrophen zu verhindern. Herausforderungen für internationale Reisen. Neue Einreisebestimmungen im kommenden Jahr. Veränderungen bei Einreise- und Visa-Regelungen. Im kommenden Jahr stehen Reisende vor erhebliche Herausforderungen im internationalen Reiseverkehr. Mehrere Länder planen, ihre Einreisebestimmungen und Visa-Erteilungen grundlegend zu ändern. Diese neuen Regelungen könnten sowohl Touristen als auch Geschäftsreisende betreffen und zu unerwarteten Schwierigkeiten führen. Auswirkungen auf Touristen und Geschäftsreisende. Die angepassten Vorschriften könnten die Planung und Durchführung von Reisen erheblich komplizieren. Touristen müssen möglicherweise zusätzliche Dokumente einholen oder sich auf längere Wartezeiten bei der Visa-Erteilung einstellen. Auch Geschäftsreisende, die oft kurzfristig reisen, könnten von den neuen Regelungen betroffen sein, was ihre Reisepläne stören könnte. Notwendigkeit der Vorbereitung. Um Probleme während der Reise vorzubeugen, ist es ratsam, sich im Voraus über die spezifischen Einreisebestimmungen der Länder, die besucht werden sollten, zu informieren. Reisende sollten sich frühzeitig über notwendige Visa, Impfungen und andere Anforderungen erkundigen, um unangenehme Überraschung zu vermeiden. Ein Jahr voller Unsicherheit für Reisende. Die kommenden Monate und das neue Jahr könnten für viele Reisende eine Zeit der Unsicherheit darstellen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die neuen Reisebestimmungen konkret auswirken und welche Länder die strengsten Regelungen einführen werden. Reisende sollten wachsam bleiben und sich gut vorbereiten, um die Herausforderungen des internationalen Reisens im kommenden Jahr zu meistern. Wetterveränderungen weltweit. Ein ungewöhnlicher warmer Winter steht uns bevor. Globale Erwärmung im Winter. Ab Januar 2025 im nächsten Jahr wird ein bemerkenswertes Wetterphänomen erwartet, das die gesamte Welt betreffen könnte. Experten prognostizieren einen ungewöhnlich warmen Winter, der nicht auf einzelne Regionen beschränkt ist, sondern sich global bemerkbar machen wird. Diese Entwicklung könnte weitreichende Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt haben. Höhere Temperaturen als üblich. Die prognostizierten Temperaturen werden in vielen Gebieten die Werte erreichen, die normalerweise mit Sommermonaten assoziiert werden. In einigen Regionen könnten die Menschen bereits ab Januar Temperaturen erleben, die für diese Jahreszeit völlig untypisch sind. Diese grundlegenden Veränderungen in den Wetterbedingungen werfen Fragen auf, wie sich die Natur und die Gesellschaft an diesen neuen Gegebenheiten anpassen werden. Mögliche Konsequenzen. Die globalen Temperaturveränderungen könnten nicht nur das Wetter beeinflussen, sondern auch gravierende Folgen für die Landwirtschaft, die Tierwelt und die Wasserressourcen mit sich bringen. Die Umwegbarkeiten des Wetters könnten zu Ernteausfällen, Veränderungen in den Lebensräumen von Tieren und Herausforderungen in der Wasserversorgung führen. Ein Jahr voller klimatischer Herausforderungen. Die bevorstehenden Wetterveränderungen versprechen, ein entscheidendes Thema für das kommende Jahr zu werden. Während die Welt sich auf einen außergewöhnlich warmen Winter vorbereitet, wird es wichtig sein, die Entwicklungen genau zu beobachten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sich an die veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen. Die globalen Auswirkungen dieser Veränderungen könnten weitreichend sein und erfordern ein gemeinsames Handeln, um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Wetterextreme im Mittleren Osten, ungewöhnliche Regenfälle und Überflutungen. Unvorher gesehene Wetterereignisse. Im Mittleren Osten steht die Region vor einer überraschenden Wendung in der Wetterlage. An Orten, die typischerweise für ihre Trockenheit bekannt sind, werden außergewöhnlich starke Regenfälle erwartet. Diese Veränderungen könnten nicht nur die Landschaft, sondern auch die Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen erheblich beeinflussen. Starkregen in trockenen Gebieten. Die Prognosen deuten darauf hin, dass selbst Wüstengebiete von diesen intensiven Niederschlägen betroffen sein werden. Solche Wetterereignisse sind in diesen Regionen äußerst ungewöhnlich und könnten unerwartete Überflutung zufolge haben. Die Auswirkungen dieser extremen Wetterbedingungen könnten katastrophale Folgen für die Infrastruktur und die Umwelt haben. Gefahr von Überflutungen. Die Kombination aus starkem Regen und der Tatsache, dass die Böden in diesen trockenen Regionen oft wenig Wasser aufnehmen können, führen zu einem erhöhten Risiko von Überflutung. Diese Naturereignisse könnten Straßen unpassierbar machen, die Wasserversorgung beeinträchtigen und die landwirtschaftliche Produktion gefährden. Die Bevölkerung wird vor der Herausforderung stehen, sich auf diese unvorhergesehenen Wetterbedingungen einzustellen. Eine Zeit der Unsicherheit im Mittleren Osten. Die kommenden Monate versprechen eine kritische Zeit für den Mittleren Osten zu werden, in der die Menschen mit den Folgen außergewöhnlicher Wetterereignisse konfrontiert werden. Die Region muss sich darauf vorbereiten, mit den Herausforderungen umzugehen, die starke Regenfälle und mögliche Überflutungen mit sich bringen. Diese Entwicklungen erinnern uns daran, wie wichtig es ist, die Auswirkungen des Klimawandels ernst zu nehmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Resilenz der betroffenen Gemeinschaften zu stärken. Hoffnung auf Frieden, positive Entwicklungen in militärischen Konflikten, Friedensgespräche im Nahen Osten und Osteuropa. Die geopolitische Lage im kommenden Jahr könnte durch entscheidende Veränderungen geprägt sein. Insbesondere im Nahen Osten und in Osteuropa zeichnen sich Anzeichen für eine positive Wandlung ab. Ab Februar 2025 nächsten Jahres wird erwartet, dass Friedensgespräche in diesen Konfliktregionen stattfinden, die Hoffnung auf eine Lösung der bestehenden Probleme wecken. Verhandlungen auf internationaler Ebene. Die führenden Mächte der Welt haben signalisiert, dass sie bereit sind, sich am Verhandlungstisch zusammenzusetzen. Diese Gespräche könnten einen Wendepunkt in den langanhaltenden Konflikten darstellen. Die Bereitschaft zur Diplomatie könnte die Grundlage für eine nachhaltige Lösung schaffen, die nicht nur den betroffenen Ländern, sondern der gesamten Region zugutekommt. Potenzial für positive Veränderungen. Die kommenden Monate könnten somit eine entscheidende Phase für die Stabilität in diesen Krisengebieten darstellen. Der Fokus auf Verhandlungen und Dialog anstelle von militärischer Auseinandersetzung könnte nicht nur die unmittelbaren Spannungen verringern, sondern auch langfristige Friedensperspektiven eröffnen. Es besteht die Hoffnung, dass durch diese Gespräche wichtige Kompromisse erzielt werden, die den Weg für eine friedliche Zukunft ebnen. Ein neues Kapitel in der Konfliktbewältigung. Die Aussicht auf Friedensgespräche im Nahen Osten und in Osteuropa bringt neue Hoffnung für die Menschen in diesen Regionen. Während sich die Welt auf diese Entwicklung vorbereitet, bleibt abzuwarten, wie effektiv die Verhandlungen sein werden und ob es gelingt, dauerhafte Lösungen zu finden. Diese Zeit könnte der Beginn eines neuen Kapitels in der Konfliktbewältigung sein, das durch Diplomatie und Zusammenarbeit geprägt ist. Kommen wir nun zum Ende der Zusammenfassung der Vorhersagen und meiner Schlussworte. Wandel und Hoffnung in diesen unruhigen Zeiten. Reflexion über die gegenwärtige Weltlage. In dieser Zusammenfassung der aktuellen Vorhersagen erkennen wir schnell, dass die Welt in Unordnung ist. Naturkatastrophen und gesellschaftliche Veränderungen prägen unsere Realität und spiegeln die Unruhe wieder, die viele von uns auch im persönlichen Leben empfinden. Die hermetischen Prinzipien, die besagen wie oben so unten und wie im Kleinen so im Großen, erinnern uns daran, dass der Frieden in der Welt nur entstehen kann, wenn wir auch in uns selbst Frieden finden. Der Weg zu persönlichem und kollektivem Wandel. Um das zu sehen, was wir uns für die Zukunft wünschen, müssen wir bei uns selbst anfangen. Veränderungen erfordern Mut und Bereitschaft, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Während viele von uns auf eine schnelle Rückkehr in die vermeintliche Normalität der Vergangenheit hoffen, ist es wichtig zu erkennen, dass die alte Welt nicht mehr existiert. Der Wandel ist das einzig Beständige und wir müssen lernen, uns an diese Realität anzupassen. Aber bist du bereit für den Wandel und der Veränderung? Die nächsten Monate bis April 2025 werden weiterhin herausfordernd sein. Wir müssen aktiv an der Behebung der aktuellen Probleme arbeiten und selbst danach wird es Zeiten geben, die viele als schwierig empfinden. Doch genau in diesen Zeiten wird sich die Richtung zeigen, in die unsere Gesellschaft und die Welt sich entwickeln werden. Gestaltung der Zukunft durch bewusste Entscheidungen. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat das Potenzial, die Zukunft zu gestalten. Es geht darum, nicht gegen etwas zu sein, sondern besser für etwas zu sein. Der Weg ist oft steinig und umfasst Fehler und Rückschläge. Aber gerade aus diesen Erfahrungen lernen wir und wachsen. Wie Thomas Edison es ausdrückte, findet man oft viele Wege, die nicht funktionieren, bevor man den richtigen entdeckt. Meine Schlussgedanken. Hoffnung auf einen neuen Morgen. Inmitten der Herausforderung sollten wir nie den Glauben an eine bessere Zukunft verlieren. Die Nacht ist oft am dunkelsten, kurz bevor der Morgen anbricht. Es ist entscheidend, dass wir uns gegenseitig Kraft und Mut schenken, um gemeinsam durch diese Zeit zu gehen. Die Veränderungen, die wir uns wünschen, beginnen mit uns selbst und unserem Engagement für eine positive Zukunft. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um die Welt zu gestalten, die wir uns und für uns und die kommenden Generationen wünschen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Hören. Und vergesst nicht, meine Social Media Kanäle zu abonnieren, einen Kommentar zu hinterlassen, einen Like zu geben und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Neuigkeiten mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.